Heute benutzen wir einen Stuhl. Ihr braucht also einen schönen, stabilen Stuhl. Außerdem benötigt ihr eine Matte. Und später benutzen wir auch noch ein paar Handeln. Also solltet ihr sie griffbereit halten. 1,5 Kilo Handeln und etwas leichtere Fußgelenkgewichte. Als erstes fangen wir mit einem kleinen Aufwärmprogramm für unsere Arme an. Ihr kennt das ja schon. Stellt euch mit gespreizten Beinen hin und streckt eure Arme gerade zur Seite und spreizt außerdem eure Finger. Aus dieser Position winkeln wir unseren rechten Arm leicht an und machen dann mit der rechten Hand einen kleinen Schlag nach vorne. Bereit? Los geht's. Und 5, 6, 5, 6, 7, 8. Mit links. 2, 3, 4, Feder rechts. 2, 3, 4. Und links. 2, 3, 4. Als ob ihr etwas schlagt. Doppelt. Einfach, einfach, doppelt. Einfach, einfach, doppelt. Den Arm beugen und schlagen. Beugen, schlagen. Beugen, schlagen. Auf geht's. Bei dieser Übung macht ihr einen Halbkreis mit eurer Hand. Streckt den Arm hoch. 6, 7, 8. Andere Seite. 5, 6, 7, 8. Arme nach vorne und drehen. Nach vorne, drehen. Nach vorne, drehen. Nach vorne, drehen. Mit der Musik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mit einem Arm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mit einem Arm.